Musik Du stehst auf Uga Uga Caveman Slam und asozialen Beatdown Ansagen, dann bleib auf jeden Fall dran, denn heute geht es um die Band Peeling Flash. Die Jungs aus Oklahoma in den USA haben sich 2021 gegründet und haben vor paar Tagen ihre neuesten Single released. Und wie meine Meinung zur neuen Single ist, seht ihr jetzt im Video. Und damit ganz, ganz viel Spaß und bis dann. Jetzt wird es richtig Neandertaler-like. Und zwar ist es Peeling Flash. So ein richtig schöner Caveman Slam. Ist scheinbar irgendwie so ein Doppelsong. 211 Slash 187 and FFWAS. Joa, mal gucken, was die Jungs dahergezauert haben. Unique Leader Record sage ich auch immer wieder. Sehr, sehr starkes Label. Und zeigt, was ihr drauf habt. Ja, mal gucken, was ihr drauf habt. Hhhöhep!" Boah, Junge Ey, das ist Ich finde das ja auch so geil, ne Wenn so richtig Stumpfer Slam Mit so Beatdown-Ansagen Gemixt werden Boah, es ist so Lecker, ey, wirklich, es ist so gut Let's go Boah, also wirklich Der Part gerade Das war aber so So ein Stil Würde halt auch zu Paleface Passen Also, boah, es ist so gut Es ist so gut Und wirklich so dieser Mix aus So, so, so Bisschen dieser asoziale Beatdown Und dann Danach nochmal so richtig Dieser stumpfe Slam Ah, ich lieb's Ich lieb's So, ihr wisst ja, ne Ich bin ja so Fan von so stumpfen Slam Wie Cerebral Incubation Epi-Cardiectomy Und so weiter Und Peeling Flech Die sind halt auch einfach Wirklich Die sind einfach ne Macht Ich bin ja so Auch noch so Auch noch so Auch noch so ein Two-Step-Part, ne So ein Two-Step mit Slam gemixt Es ist Ey, es ist so gut Es ist so gut Ich hab grad Bock So einfach hier mitzudancen Aber Ich hab hier grad keinen Platz Aber oh mein Gott Es ist so geil Es ist wirklich so stark Ja, jawohl Ey, und dann Und dann Denken die sich so Ja, also Wir machen ja ein bisschen Beatdown Wir machen ein bisschen Slam Packen wir noch ein bisschen Gore-Grind rein Let's go Okay, das war geil Das war mega Fertig Die ist Und was ich auch noch richtig geil finde Ist der Snare-Sound Die Snare Boah, die klingt so gut Die klingt so gut Boah Und dann denken die sich so Lass mal ein paar Gravity-Blast rausbrauen Boah, wirklich Boah, hört da nochmal rein Boah, das war ja Boah Boah Ey, wirklich dieser Snare-Sound, ne, der gefällt mir so gut. So wirklich schön, so ein bisschen, wie viele jetzt sagen würden, so ein bisschen so diese St. Anger-Snare von Metallica, ne, so ein bisschen so diese Mülltonne, ne, aber ich bin ehrlich gesagt auch Fan davon, ne. Boah, es ist so gut. Was passiert jetzt? Oh! Boah, aber ich fand gerade auch diese Beatdown-Ansage zwar richtig asozial, aber kommt die geil an. Boah, let's go! Geiles Halo T-Shirt. Boah, so eine richtige Dampfwalze, ne. Das ist so eine richtige Dampfwalze, die einfach über dich drüber fährt. Oh, genau das ist das, was ich so sehr an Slam liebe, ne. Deswegen liebe ich's. Boah, oh. Dampf'Irla Ah! Boah, was war das? Also, das ist so eine Band, die kann einfach nicht enttäuschen, ne? Und das ist auch gut so. Das ist auch wirklich gut so. Das ist, pff, es ist... Es ist einfach so geil, wirklich. Die knallen dir Slam um die Ohren. Die knallen dir Beatdown, asozialen Beatdown um die Ohren. Die geben dir dann auf einmal Gore-Grind-Part, Two-Step-Part. Vocals extrem, krass geil. Dann auch noch so wirklich diesen schönen Snare-Sound. Boah, also wirklich. Peeling Flash ist einfach so eine gut und so eine krasse Band. Boah, ich freue mich echt. Die sollen mehr raushauen. Die sollen einfach mehr raushauen, wirklich. Boah. 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 Vielen Dank.